Ja, da ist das Fernsehgerät im Original, das kennt ihr ja aus dem Jahre 5960, sage und schreibe 829 D-Markt. Wie ihr wisst, haben wir an unserem Telefon und Fernseher rumgebastelt. Ja, die Tüte ist dann doch anständig voll geworden, aber wie wir sehen, ist das Bild auch ganz nett geworden. Auch die Schalteinheit hier funktioniert, hier astrein wieder, das Bild ist gut, Farbe lässt sich gut regulieren, alles wunderbar, Grundeinstellung wunderbar, alles gut. Bild funktioniert, Baujahr 1968 haben wir jetzt auch, drüben steht der 67er von Philips. Bis wir demnächst wieder was Neues haben, sehen wir uns wieder und für alle Leute, die auf die Radiobörse warten, sie ist entfallen, sie bleibt weiterhin gefallen. In Rüdersheim, die Musikermechaniker, die gibt es auch nicht und auch in Bad Lars, wer entfällt, die Radiobörse für 2020. Weitere Informationen demnächst hier auf diesem Kanal, wie es weitergeht, nach dem Tode von Wilfried Mayer und nach der Corona-Pandemie. Und wir, wir schalten jetzt hier ab. Tschüss.